Musik Hey yo, Digga, hast du vielleicht ne Zigarette für mich? Hä? Ich brauch ne Zigarette, Digga. Wie? Wie soll ich da runter? Nein, ich will nicht boxen, Digga. Ich hab nur gefragt, dass ich ne Zigarette bekomme. Warte mal mehr. Warum sind die denn so aggressiv? Hör mal auf. Hallo, ich will keine Schlägerei. Lass mich in Ruhe, da ich ruf die Polizei an. Aha, geht doch. Ich verschwinde. Danke. So. Aber woher hast du denn den letzten Becher her? Ach, behalte den Dreck. Ich will einfach nur ne Zigarette. Ach, diese ganze Wartezeit hier. Mamma mia. Frag ich mal, eine andere Person. Egal. Wisst ihr was? Ich hab selber eine. Ich wollte einfach nur sparen. Dann rauchen wir mal ne Zigarette. Ach, kein Geschmack, ey. Kein Geschmack, ey. Ich hör auf mit dem Rauchen. Ach, da kommt der dazu. So. Jetzt mal... Ich hab keine Fahrkarte. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch einfach nicht so mit dem Zug fahren. Ach, fuck, ey. Egal. Machen wir den Geheimtrick, den neuen Glitch. So, Leute. Hier ist euer Hochname Wondala. Ich begrüße euch. Jeden Einzelnen von euch. Was geht? So. Ihr nehmt eure Waffe. Dann drückt ihr R1, um anzulehnen. An dieser Bahn. Um, dass ihr schwarz fahren könnt. Wenn ihr kein Kleingeld habt. So, jetzt müssen wir nur einen Moment warten, bis der Zug losfährt. Ja, fahr da los. Ha. Mam. Wie lange dauert denn das hier? Ich hab Termine. Termine. Mein neuer Job. Ich brauch Kleingeld. So. Seid ihr aus der Bahn rausgefahren? Drückt ihr jetzt nach rechts. Dann müssen wir auf die Stange warten, dass wir nicht gegen die Stange donnern. So. Und Moment. Ich glaub, da kommt keine mehr, oder? Da kommt eine und jetzt danach. So. Ihr drückt nach rechts. Dann L2 zum Ziel. Dann mit dem rechten Controller nach links. Und loslassen. So. Also ich erklär das jetzt nochmal. R1 an die Wand lehnen. Dann mit dem linken Controller nach rechts, dass es sich nach rechts beugt. Und dann lehnt ihr euch raus und L2 drücken. Und mit dem rechten Controller ein bisschen nach links, dass die Kamera nach hinten geht. So. Ihr könnt euch mit dem rechten Controller, mit der Kamera euch bewegen. Aber das Problem ist, wenn ihr anfängt zu schießen. Telefonieren könnt ihr auch gerne dabei. So. Aber wenn ihr schießt oder mit dem linken Controller ein wenig wegläuft, das zeige ich euch jetzt. Dann ist der Glitch, wie soll man das erklären, dann geht er halt nicht mehr. So. Wenn ihr das jetzt nur so macht, zum gucken halt, geht das über die ganze Fahrt. Ist halt eine coole Sache, wenn andere Leute das sehen. Ist halt so, wie, was macht denn der da? Wenn die Leute halt das nicht gesehen haben in YouTube oder noch nicht gezeigt worden ist, dann staunen die halt. So. Ihr könnt das aus Langeweile oder so mal ausprobieren. Ich wünsche euch was. Ich brems jetzt mal ab. So. Und. Weg. Blub. Abgestiegen. Hier wollte ich hin. Und jetzt kann ich auch Geld gammeln. Ich brauche klein Geld, weil ich habe keinen Bock immer schwarz fahren, weil sonst werde ich auch noch erwischt. Also haut da rein Leute. Euer HochnumberOneDollar. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch. Ciao. Ciao.